Also, ich habe gerade gesehen, man sieht die Gitarre nicht so gut auf dem Zero to Hero Video. Das ist meine Gitarre, die heißt La Mancha. Und so hört die sich an. Diese und andere Gitarren werden mich begleiten auf dem Zero to Hero. Ich habe drüben auch noch eine elektrische Gitarre. Und genau, das war der erste Song, den ich glaube ich, also der erste Song war glaube ich von Nirvana, so ein paar Stücke. Aber jetzt spiele ich euch das vor von Ennio Morricone. Mal gucken, ob ich noch weiß, wie es geht. So geht's. Genau, das ist mein erster Song. Und ja, bis bald. Und ja, bis bald. Vielen Dank.